Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Kater, Jäger, Krips oder Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Wer schickt sie? Wer schickt sie? Wer schickt sie? Der Angriff Steiner ist mein Befehl zu widersetzen! Der Angriff Steiner ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmäusch des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion in Lübe hielt! Es hat mit jedem nur ein schichtigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um gar nicht alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Bitte, Gerda, jetzt beruhig dich doch!